Hallo und herzlich willkommen zur jetzt richtigen ersten Folge von Ghost Exorcism Ins und wir sind nicht allein. Vor mir steht die liebe Soraya. Hi! Und sie hat ihr schickstes Outfit an. Ich bin voll neidisch. Voll schick. Hätte ich auch gerne in echt ehrlich gesagt. Man kann nicht winken. Soraya winkt jetzt quasi. Das ist meine Art zu winken. Ich mache das auch im Real Life genauso. Ja, genau. Ist jetzt modern, habe ich bei TikTok gesehen. Ja, und wir werden jetzt erstmal zu zweit, vielleicht ja später noch zu dritt und zu viert. Aber jetzt erstmal, ja, reine Mädels-Power quasi, werden wir auf ein Abenteuer gehen. Und zwar, ihr seht es da hinten auf dem Ding stehen, das verlassene Haus in den USA. Es wird wunderschön werden. Ich bin, ja, warum tust du mir das an, Sora? Hätten wir nicht Grounded spielen können. Weil ich dich lieb habe. Ja, ja, ja. Obwohl Grounded finde ich auch mit den Spinnen gar nicht mal so ohne. Also, wir haben schon Phasmophobia gespielt und ich habe feststellen dürfen... Ups, Entschuldigung, ich wollte dir die Tür nicht ins Gesicht schlagen. Ja, ja. Ist okay, ich habe es verstanden. Geht ja gut los. Ich finde übrigens, das spielt ja tatsächlich besser als Phasmophobia. Und vielleicht sollte ich dir noch etwas sagen, was ich dir bisher verschwiegen habe. Ja. Du weißt ja manchmal Jagengeister ein. Ja. In der Phasmophobia reicht es, wenn du da aus dem Haus läufst. Ja. Hier nicht. Hier musst du tatsächlich in den Wagen und die Türe zumachen, damit du sicher bist. Aber Tür zu ist dann auch sicher. Ja, Tür zu ist sicher. Aber wenn die Tür nicht zu ist, ist es auch nicht sicher. Okay. Also, wenn ihr eine Laus hat, bleibe ich hier und schließe die ab. Ja. Müssen wir noch etwas vorbereiten oder einfach Lenkrad antippsen? Ich wollte gerade deinen Mord vorbereiten. Nein, nein. Du musst eigentlich nur... Nein, wir kriegen bei den ersten Aufträgen tatsächlich alles gestellt. Oh, das ist nett. Das ist sehr nett. Okay. Na dann. Oh Gott. Okay. Ich wollte springen und ich kann nicht. Schade. Oh, stimmt. Oh Gott, ich habe Angst. Wie in dem Haus ist direkt so eine gruselige Puppe. Dann habe ich echt Angst. So gut. Beendet den Exorzismus. Das ist übrigens immer unser Ziel. Fotografieren Sie die Entität. Fotografieren Sie geisterhafte Orbs im Schreckensursprung. Und bringen Sie zwei oder mehr okkulte Objekte zurück zum Hub. Okay. Okay. Dann. Oh Gott. Ich bin eine Taschenlampe. Das ist okay. Ich suche mir mal was Schönes aus. Was nehme ich denn Lustiges? Wir wissen ja jetzt noch gar nichts. Hier stehen nicht irgendwie Tipps. Die Entität ist das oder so. Nö, nö, gar nicht. Aber anders als hin... Darf ich das mit Phasmophobia vergleichen? Ja, ja, klar. Phasmophobia hat so oft das Problem, finde ich zumindest am Anfang, dass die Sachen, die du gestellt bekommst, reichen nicht, um diese Aufgaben alle zu erledigen. Ja. Und hier ist es tatsächlich so, wir haben alles, was wir brauchen dabei. Okay, das ist natürlich schön. Das finde ich super gut. Jetzt ist die Frage, wir sollen ja viel fotografieren. Nehmen wir Kamera schon mit oder erstmal andere Dinge, um quasi festzustellen, was das ist? Du hast schon mal das Analyzing-Ding, ne? Weiß ich nicht. Ich würde, glaube ich, erstmal so reingehen, ohne Kameras, um zu gucken, wie die Entität so drauf ist. Okay. Weil die Orbs im Schreckens... Also, beziehungsweise doch, die Orbs im Schreckensursprungsort, dafür brauchen wir eine Kamera, aber... Aber wir müssen ja nicht die Sofortbildkamera mitnehmen, wo wir nur ganz wenig Bilder haben. Und durch die normale Kamera... Ich nehme die einfach mal, da kann man ja durch... Siehst du das eigentlich auch, wenn du so hinter mir stehst, was da im Display ist? Ne, ich glaube nicht. Also, wir können im Haus nochmal gucken, vielleicht ist das jetzt nur hier nicht, aber ich glaube nicht. Also, jetzt hier sehe ich nichts. Okay, den Entschreckensursprungsort können wir damit schon mal fotografieren. Und hier haben wir immerhin zehn Bilder und nicht nur drei. Ja. Und jeder darf wie immer drei Sachen mitnehmen. Drei. Achso. Okay. Ja. Und noch ein Unterschied, falls das... Ich glaube, das wird aber im Toto gesagt. Hier muss man das lustige Buch ja in der Hand behalten, damit er... Ach ne, warte mal, das ist das falsche Buch. Wollte ich gar nicht. Also, ich hatte das auf den Boden geschmissen, da haben sie auch eingeschrieben. Ja, aber du kannst es hier vor allem auch in der Hand behalten. Ach, das geht auch. Du kannst damit durch die Gegend laufen und der... Okay. Das ist ganz praktisch. Okay, ich habe drei Gegenstände. Also, ich habe jetzt den KEM mitgenommen und eine Taschenlampe. Was... Soll ich noch irgendwas? Vielleicht Audio? Oder... Was immer du möchtest. Also, ich habe jetzt die Analyse, damit wir wissen, wann wir in der Nähe der Entität sind. Mhm. Glaube ich. Weil da müsste er anfangen zu analysieren. Okay, dann nehme ich mal... Das Buch zum Reinmalen und die Kamera für den Ursprungsort. Okay, gut. Dann nehme ich Taschenlampe, Audio-Ding und KEM. Oh Gott, schön. Wie sieht das hier aus? Achso, vielleicht sollte ich dich vorlaufen lassen. Ich kenne mich hier schon. Wo ist meine Taschenlampe? Da. Gibt es einen Lichtscheider? Ja. Oh, Entschuldigung. Ich war so erpicht. Wenn ich beide gleichzeitig benutzen wollen, funktioniert dann sogar meistens. Okay, Fahrrad ist schon mal nix. So, ich... Mal hier. Oh, warte mal. Wir haben den ersten Hinweis ja schon. Das sind Fliegen. Oh. Soll ich Beirauch holen? Äh, musst du nicht, aber kannst du ja. Vor allem sollten wir aber, wenn wir auf Escape gehen und dem... Oh Gott, wo war das nochmal? Ghost... Nee, Ghostpedia. Was ist das? Ja, genau. Dann können wir als Beweise schon mal eintragen. Fliegen. Müssen wir das beide machen oder ist das für beide aktiv, wenn es einer macht? Das müssen, glaube ich, beide machen. Okay, dann trage ich mal kurz ein. Wir müssen aufpassen, ne? Hier kann ja auch was passieren jetzt. Ja, aber in der Regel sind die am Anfang noch nicht ganz so schlimm. Okay. Ah, fliegen, fliegen, fliegen. Gut, dass es fliegen und keine Kackellagen sind. Ja. Aber es ist schön. Ich meine, guck mal, direkt das erste Hinweis, was es sein kann. Oh Gott, das wäre jetzt nämlich gerade erschrocken vor deinem... Oh, äh, ups. Ich habe gerade gedacht, was hat der Geist jetzt gemacht? Dann war es nur du. Ich wollte nur fliegen töten. Ich... Ich wollte was beitragen. Okay, jetzt nix. Nein. Oh Gott, Zora, wo bist du? Nur nebendran, in der Küche. Okay. Ja. Oh, ein Häschen. Okay. Ich dachte, ich guck mal. In jedem Raum schmeiße ich einmal kurz die Kamera an, um den Schreckensursprung zu finden. Ich habe auch das KM an, aber bis jetzt noch nichts. Wir haben ja noch ein paar Räume vor uns. Die Türen öffnen komisch. Aber gut. Du musst mal so eine Tür aufmachen und dabei auf deinen Arm achten. Das ist eine ganz werte Perspektive. Ich kriege die Tür nicht auf. Nimm die daneben. Das ist die Eingangs... Hier, da. Hier. Oh Gott, oh Gott. Ja, da schlägt es aus. Und mein Herz klopft. Oh Gott, ich habe ihn gesehen. Ja? Was? Wie sah es aus? Bose? Hässlich. Okay, jetzt ist es wieder gut. Die einfache Antwort ist hässlich. Leider war es beim KM jetzt nur bei zwei. Also weiß ich noch nicht, ob vier oder fünf möglich ist. Okay, wir können... Lass uns doch einfach einmal kurz in den Trailer gehen. Ja, er kommt auch gerade. Er ist jetzt auf jeden Fall im Flur. Gut, ähm, es gab ein Signal, also wieder Escape, und zwar gab es kein Signal gefunden. Oh, okay. Das ist tatsächlich bei dem... Gott, wo ist das? Nee, stimmt. Das heißt, wir müssen nichts eintragen, aber das heißt im Prinzip einfach, dass wir den Analyzer vergessen können. Ja. Also es ist auch nicht diesen neuen P-None, das ist dann wirklich nichts, ne? Ja, das ist dann tatsächlich einfach keine Analyse möglich oder so. Okay, gut. Okay, dann kannst du was anderes mitnehmen stattdessen, ne? Richtig. Ähm, dann nehme ich mal... Oh Gott, will ich... Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, wie er ausgesehen hat, weil tatsächlich... In Phasmus ist es ja auch so, die Geister sehen einfach random aus. Und hier ist das Aussehen, gibt oft einen Hinweis darauf, was man vor sich hat. Okay. Also wir haben ja die Möglichkeit, was können wir gerade haben? Poltergeist, Remnant oder Erinnerung. Und die Erinnerung, wenn man da mal liest, was das ist... Wo ist es denn? Äh, ne? Da. Körperlose Entität, die schwer zu sehen ist. Erhöhte Wachsamkeit wird empfohlen. Timo... Ja gut, da steht es nicht. Ah, hier. Sie ist ein unvollständiger, angeschlagener Geist, dessen Körper zersplittert ist. Also teilweise ist es wirklich einfach nur so ein schwebender Kopf. Und wenn es nur so ein schwebender Kopf ist, kann man sich ziemlich sicher sein, dass es zum Beispiel kein Revenant ist, weil die in der Regel nicht nur ein schwebender Kopf sind. Hm. Okay. So. Ey, plus wir haben so eine fette Waffe, um damit Ghostbuster-Lug auf die Viecher zu schießen. Ja, die ist geil, ne? Die fand ich schon im Tutorial mega. Okay, ähm, okay. Ach ja, ich nehme einfach den Sniffer. Bitte? Die Box mitnehmen. Oder zu. Oder den Sniffer. Ich habe jetzt noch das Temperatur-Ding mitgenommen, weil ich meinen Weihrauch ja dahin geschmissen habe. Weißt du was? Dann nehme ich den Sniffer mit. Okay. Das ist ein weirdes Ding, was vor sich hin schnuffelt. Okay, Geistchen. Oh, ich habe die Tür öffengelassen dahin. Egal. Ohne uns geht der ja nicht in den Wagen. Ey! Sag mal. Müsstviech. Hast du dir die Tür vor der Nase zugemacht? Ja. Unfreundlich. Ich habe jetzt einfach mal die Kamera in der Hand. Falls ich nochmal sehe, mache ich panikartig ein Foto. Okay. Kein Ausschlag. Keine Temperatur. Ach so, auf wie viel? Hast du vorher gesehen, auf wie viel dein EMF ausgeschlagen hat? Erst auf zwei. Ich bin dann so schnell weggerannt, dass er nicht weitermachen konnte. Wahrscheinlich. Okay. Okay. Das scheint auch nicht der Schreckensursprung zu sein. Nein. Nee, den gesp... Macht auch nichts. Ja dann, die Treppe hoch. Nach dir. Was? Oh Gott, ich habe mich gerade vor der Top-Pflanze erschrocken. Wow. Ja, die sind doch gruselig. Da sind netter... Ah! Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich möchte hier raus. Ich habe Hals klopfen. Ja. Null Grad. Ich gehe da... Okay, cool. Wir gehen mal in den Wagen, um es aufzuschreiben. Oh Gott. Oh, da ist er. Ähm, ein Köpfchen mit Händen... Nee, ein ganzer Körper. Und er pocht gegen die Tür. Das ist ja net... Ja, deswegen sagt er, ich türe zu. Ich glaube nämlich tatsächlich... Also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich bin mir sehr sicher. Null oder negativ? Null. Also wirklich null, null, Punkt null stand da. Okay, null, Punkt null. Sehr gut. Okay, Temperatur null. Uff. Oh Gott, das scheiß wie ich... Also war es jetzt keine Erinnerung, ne? Wenn es der ganze Körper war? Sehr wahrscheinlich... Sehr wahrscheinlich nicht. Okay. Also wir sind... Wir haben noch nicht so viel gespielt, dass wir sagen könnten, dass das alles immer hundertprozentig stimmt. Aber wir haben schon so fünf, sechs Ründchen. In diesem Haus hinter. Mehr haben wir tatsächlich in der Regel nicht gemacht, als das Haus. Und da war es tatsächlich eigentlich immer so, dass das Aussehen des Geistes, und das ist sehr, sehr cool, Rückschlüsse halt wirklich auf den Geist zulässt. Das heißt, wenn er halt irgendwie... Darf ich sagen, ich habe hier mit Petschnos gelesen, ein Clown wurde reingepatcht, weißt du? Es gibt jetzt einfach einen Clown. Ja, ich habe es in der Enzyklopädie gelesen. Ich bin happy, sehr. Und der sieht dann halt auch aus wie ein Clown. Warte mal. Da, ich sehe durchs Fenster den... Du war doch vorhin noch nicht da. Was? Was denn? Dad, ich habe den Schreckensursprung gefunden. Oh! Ops! Schau da, dass ich nichts sehe durch deine Kamera. Ursprung daheim so. Oh, theoretisch müsste das jetzt im Trailer abgehakt sein. Ich gucke mal eben, ob ich das... Ob das auch abgehakt wurde. Hat der die Tür zugemacht? Weiß ich nicht. Also ja, Schreckensuppe. Gut. Sehr schön. Gut, dann behalte ich den Fotoapparat mal für den Fall, dass mir doch nochmal die Entität begegnet und ich sie smile sagen. Und dann brauchen wir mehr Objekte. Ja, da finden wir auch noch was. Irgendwann tragen wir einfach alles, was wir finden aus dem Haus. Okay, okay, okay. Puh. Es kommt. Zweier Ausschlag. Oh, und er ist gekrabbelt. Er ist die Tür hoch, äh, die Treppe hoch. Die Tür hoch. Ah, krabbeln war doch der Revenant, ne? Genau. Also es kommt immer nur Zweier-Ausschlag, mehr nicht. Ich glaube, ich habe ihn fotografiert. Ich gucke mal nach, ob das gezählt hat. Wenn ja, könnte ich nämlich die... Ja, hat gezählt. Perfekt. Das heißt, ich schmeiße jetzt mal den Fotoapparat weg, damit ich nicht noch mehr Bilder verschwende. Und dann laufe ich mit dem Sniffer durch die Welt. Denn jetzt sollten wir ja Dinge finden. Was können wir denn noch beweisen? Also krabbeln heißt, wir können jetzt schon mal Revenant eintragen, quasi. War das der, der krabbelt? Warte mal, ich lese nochmal. Nicht, dass ich mich vertue. Revenant. Ja. Revenant ist der Kriecher. Okay, ja, dann ist es sehr wahrscheinlich der Revenant, ja. Oh Gott, was war das? Okay, wir hatten keinen Analyzer. Wir könnten theoretisch noch eine Schrift finden, das Buch. Ah, das hast du noch dabei, ne? Genau. Und Audio, das wäre deins. Warte. Bestimmt habe ich gar nicht gemacht. Ich war so erschrocken. Okay. Darf ich mal mit dem Buch rum? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist er. Ja, der ist doch aggressiv genug für den Revenant. Oh Gott, die Tür! Ich habe sie nicht angefasst. Ist er aber auch sauer? Ja, richtig. Der ist richtig aggro, der Typ. Gott. Mhm. Ist das jetzt abgeregt? Kann ich jetzt fragen, ob er in mein Freundschaftsbuch schreibt? Möchtest du mein Freund, wenn du ihn in mein Buch schreiben? Das fände ich ganz tufte. Schreib in mein Buch. Ich weiß gar nicht, ob wir hier oft das hören. Da steht er. Schreib in mein Buch. Hallo. Hi. Hi. Ja. Abklöbeln. Ich auch. Es kommt immer so feige, wenn man dann anfängt wegzurennen, aber ohnmächtig werden ist dann auch nicht so geil, ne? Ja, und wenn ich den da schon stehen sehe, finde ich auch nicht so geil. Okay, der ist immer noch da, glaube ich. Immer noch herzuprochen. Ich versuche nochmal näher heranzugehen, falls er doch in das Buch schreiben möchte. Schreib ins Buch. Ja, das ist doch untergeschmissen. Oh, jetzt ist er weg. Aber gut, ich bin jetzt nicht traurig darüber. Nee, nee. Ich kann mir auch tolleres vorstellen, als wenn ich... Der ist hier. Wow. Hilfe. Alles klar, wir haben Beweis, wir haben Geräusche. Ja, das ist dieses Vor-Ort-Audio-Sachen, ne? Ich glaube, ja. Okay. Also, Audio vor Ort. Okay. Also Radio gab es nicht. Und was heißt ein Audio-ESP? Da bin ich mir jetzt unsicher. Das ist, wenn du auf dein Ding da schaust, dann würde da entweder Radio oder ich glaube, ESP draufstehen. Ach so, es würde auch da stehen. Okay, nee, da war nichts. Also, da stand nichts. Okay. Aber theoretisch, wir sollten auch nur einen Audio-Beweis haben. Ich glaube nicht, dass man vor Ort und über das Gerät... Also, das Viech stand ja jetzt zigmal fast neben mir und das, ähm, hier, der KEM ist immer nur auf zwei gegangen und nicht höher. Okay, dann haben wir da wohl... Dann haben wir da wohl nichts. Aber gut, theoretisch haben wir drei... Also, wir könnten jetzt versuchen... Räucherste... Okay, wir gehen mal auf Exorzismus. Einfach mal für Revenant. Wir gehen mal davon aus, das ist ein Revenant. Dann hätten wir den Fliegenbefall schon mal ausgerottet. Genau, das habe ich gemacht. Bringen sie entzündeten Weihrauch in Kontakt mit der Entität? Okay. Oh, Toten. Oh, und das Exorzismus-Buch, oh Gott. Ja, wenn du möchtest, kann ich das machen? Ja, vielleicht klappt es bei dir besser. Wir können ja mal rumprobieren, wer es hinkriegt. Ah je, dann nimmst du das Gewehr und schießt auf das Mistvieh? Ja. Ja. Das finde ich gut. Okay, das wäre am Schreckensursprungsort. Dann gehe ich da mal hin und du schaust, dass du mir das nicht in den Vieh vom Leib hilfst am besten. Ach so, wir müssen ja das Tote mit dem Neutronengewehr... Okay. Ja, das suchen wir gleich, aber da der Schreckensursprung hier ist, würde ich mal damit anfangen, damit wir den Punkt abhaken können. Ja. Du, der du diesen Ort heimsuchst... Du, der du diesen Ort heimsuchst... Wieso machst du das wieder weg, du blödes Vieh? Du, der du diesen Ort heimsuchst... Du, der du diesen Ort heimsuchst... Du, der du diesen Ort heimsuchst... Wieso... Geht nicht? Ne. Aber hier ist der Schreckensursprungsort eigentlich. Ja, ja, ich sehe die Orbs ja auch durch die Kamera hier von dem Ding. Wollen wir mal tauschen? Soll ich es mal ausprobieren? Ja, ja, machen wir mal. Ich lege dir das mal da hin. Ich packe dir das Ding hin. Ich lege mal ganz kurz mit dem Sniffer, aber hier ist auch nichts im Raum, was... Also, falls ein verfluchtes Objekt oder so... So, ich probiere. Du, der du diesen Ort heimsuchst... Du, der du diesen Ort heimsuchst... Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkamst... Unfreundlich! Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkamst... Du, der du diesen Ort heimsuchst... Ja, im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkamst... Nö. Ich bin gezerrt! Du, der du diesen Ort heimsuchst... Mit, wir haben mich weggezerrt... Was? Wo bist du? Ich habe mir ins Obergeschoss gezerrt... Oh, hi! Ich bin allein! Ach, Mensch... Ja, klar, ich habe mich dahin gezerrt... Jo, schön! Toll, ihr macht Party da oben und ich lese hier in so einem scheiß Buch... Ja, Entschuldigung, hätte ich nicht mit aufs Klo nehmen sollen... Du, der du diesen Ort heimsuchst... Du, der du diesen Ort heimsuchst... Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkamst... Das müsste theoretisch... Ich sehe es in der Kamera, dass es gelb aufblinkt und dann wieder weggeht... Das müsste eigentlich bleiben... Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkamst... Der gerade... Lässt der gerade Sachen schweben? Ja, ich sehe es auch... Oh Gott... Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkamst... Ansonsten, lass uns mal versuchen, ob hier irgendwie einfach ein Objekt in der Nähe ist... Was wir wegmachen können... Siehst du durch die Dings, ne? Glaub ich... Ja... Wobei, ich würde dir das jetzt wieder überlassen und stattdessen mit dem Sniffer rumrennen... Mh... Weil der uns ja auch sagt... Ah, du konntest... Okay... Ja, ja... Ich hatte... Weil der ja auch ausschlägt, wenn irgendwas in der Nähe ist... Hier zum Beispiel in der Area... Okay... Sind schon beim... Häschen? Hier... Ah, nicht der Hase? Oh, äh... Der Hase fliegt an die Wand... Könnte vielleicht doch der Hase sein... Schieß mal drauf... Gut für sich halt... Oh Gott, nicht schwer... Ansonst... Ne, ne? Kannst du das Licht anlassen, Alter... Ansonst, wir könnten das Häschen einfach mit zum Trailer nehmen... Komm mal mit... Ich hab's... Okay... Ich bleib mal hier... Wenn ne... Ausschlag weniger wird... Aber da wird nicht weniger... Irgendwas anderes ist es... Ach, vielleicht findest du es ja... Ich geh mal mit Häschen gerade... Ich guck mal, was es hier noch sein könnte... Ist der Messerblock... Ist es der Messerblock? Weil es ernst hat? Ich weiß es nicht... Aber es könnte eventuell... Wenn ich den jetzt mit hier rausnehme... Und das dann immer noch... Ne, der Messerblock ist es nicht... Okay... Das Radio... Lass die Tür auf... Ich trag die Sachen... Oh Gott... Ich trag die Sachen einfach ins Wohnzimmer... Und wenn der Ausschlag aufhört, dann... Ich komm gleich wieder... Ich werd grad nur vom Geist verfolgt... Ne, der steht im Wohnzimmer und schon... Ach so... Ah... Deswegen hab ich... Aber da fällt mir ein... Jetzt hab ich ja, glaub ich, wieder... Ein Ding... Das heißt, ich nehm jetzt einfach mal Weihrauch... Und guck das nächste Mal, wenn ich ihn seh, dass ich ihm das Ding ins Gesicht haue... Ja... Sehr schön... Das macht doch Spaß... Bist du noch da? Ich hab was für dich... Wo bist du? Und zerr mich ja nicht wieder ins oberen Geschoss! Der Schniffer schlägt auch hier aus... Wir hatten, glaub ich, auch schon mal das Area... Das ist dann, was im Obergeschoss war... Aber... Okay... Ich mein, wir können ja mal hochgehen... Wart man ja doch gar nicht wirklich... Ach... Also ich noch nicht... Ja... Ich wollt grad sagen... Ich schon... Du hast ja Party gemacht mit dem... Entschuldigung... Ist ja neidisch, weil er mich mag... Guck mal, das... Ach so, das seh... Schade, ich wollt grad deinen Zuschauern deinen Popo zeigen... Das geht ja gar nicht... Oh Gott, die Schatten von den Sachen hier... Furchtbar... Hör mal Licht an hier oben... Äh... Da oben an der Decke war grad irgendwas dran gekrabbelt... Was? Ja, das sah gruselig aus... Ey, jetzt schon wieder Sachen schweben... Mh... Mh... Ha... Schön... Ganz toll... Das könnte tatsächlich nicht hier sein... Ach, das ist wie bei der Küche, ne? Vermutlich, ja... Deswegen... Es könnte hier sein... Hier ist wieder ruhig... Äh... Ach, Schwalil, doch dein Geknaze... Ah! Oh oh... Oh... Ah! Ähm... Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, du bist einmal umgenockt worden... Er hat dich... Er hat dich einmal K.O. geschlagen... Oh wow... Deswegen... Jetzt hältst du dir den Bauch, weil du... Ja, das hat auch wehgetan... Ja, das war auch nicht nett... Der hat mir vorher die Hand ans Gesicht gedingst... Hä, wieso kann ich denn jetzt das Ding hier nicht mehr entnehmen? Echt unfround... Ähm... Ich glaube, du musst dich erst... Du musst erst ein bisschen... Kurz warten, bis es... Bis dir wieder gut geht und du nicht mehr deinen Bauch hältst... Ha... Okay... Kannst leider auch nicht aufnehmen, aber ich kriege den Hohle gleich wieder... Das war ja gruselig... Ja, aber immerhin bist du nicht tot... In Fastmore wäre das jetzt eine Hand gewesen und du wärst tot gewesen... Da wär jetzt vorbei... Hier ist nichts... Kate Herzchen... Ach schön... Warte mal, was ist denn jetzt? Oh... Warte mal, was ist denn jetzt? Du stinkst nach alten Füßen... Ich war dem aber auch voll in die Arme gelaufen gerade... Es ist aber tatsächlich nur das Badezimmer, wo es ausschlägt oben, also... Na ne... Muss ja da sein... Ich kann das Ding leider immer noch nicht in die Hand nehmen... Wo immer irgendwelche Sachen schwebt... Okay, es ist schon mal nicht die Flasche, die da oben schwebt... Es muss irgendwas tatsächlich im Bad sein... Die hier könnte es sein... Ich nehm die mal mit raus... Mhm... Wenn's aufhört, dann wissen wir... Nein, die war's nicht... Nee... Okay... Lass die Tür offen... Was ist diese Flasche hier? Möchtest du da mit was machen? Oh, Schmetterlinge! Oh, wie süß! Nee, die ist es gar nicht... Oh, das ist halt doch was unten, wenn hier nichts weiter ist... Was man mitnehmen könnte... Oder es ist was Unsichtbares... Das könnte natürlich auch sein... Aua... Sag mal... Spinnst du Geist? Also vielleicht müssen wir's fotografieren... Äh... Nee, nicht unbedingt... Also ja, im Endeffekt schon... Aber erst mal reicht es, wenn du eine Kamera nimmst... Kannst du das Ding wieder aufnehmen? Nee, immer noch nicht, leider... Dann... Warte mal, dann... Schmeiß ich dir mal ganz kurz den hier hin? Kannst du den aufnehmen? Ja... Kleine Sachen gehen, dann große nicht... Okay, dann nehmen wir nämlich die mit raus... Ja... Weil dann musst du dich vielleicht erst mal draußen kurz akklimatisieren... Bevor du wieder Sachen tragen hast... Oder kurz einfach in den Trailer gehen... Ach, ich merke auch, ich kann nicht mal rennen... Ha... Interessant... Oh... Okay... Dann würde ich nämlich... Ich schmeiß mir die ganz kurz weg... Dann würde ich ganz kurz das Buch hier... Einfach hier lassen... Zum reinschreiben... Weil theoretisch haben wir unsere drei Beweise... Ja... Und stattdessen... Haben wir ein Fotoapparat? Ah, jetzt geht's mir wieder gut! Oh stimmt, ein Fotoapparat! Okay, du... Du nimmst die... Äh... Das Gewehr nämlich an wieder... Und ich nehm den Fotoapparat zum Durchgucken... Dann hab ich... Zwei Sachen... Weil du ja den Sniffer hast... Wie viel hast du jetzt? Kannst du die Dings noch nehmen? Äh... Welche? Sofortbildkamera? Ja... Hab ich... Okay... Achso, ne... Ne, ich meinte deine... Deine Gewehr... Kann ich auch... Wo ist denn... Achso... Ja, das gilt wieder... Weil notfalls lass das Exorzismusbuch erstmal hier... Ja, das hat ja eh nicht so gut geklappt... Ja, das brauchen wir zwar noch, aber dann suchen wir erst die anderen Sachen... Hast du ne Fortbildkamera jetzt auch dabei? Ja, oder? Ähm... Kann ich grad leider gar nicht gucken, weil ich das Ding in der Hand habe... Aber ja, hast du, hast du... Du hast sie am Gürtel... Ja... Hab ich... So... Weil dann gucken wir uns jetzt nämlich einfach mal um... Ob in der Küche zum Beispiel irgendwas ist... Was... Wir eigentlich nicht sehen durchs bloße Auge... Mhm... Und dann kannst du das... Ne, ich mein, das Gewehr kann man immer noch kurz abwerfen und dann... Denner... Nicht schon wieder, lass das! Sag mal, ihr beiden! Also... Du blödes Vieh! Dann bleibt wenigstens lang genug da, dass ich den Weihrauch ins Gesicht schmeißen kann! Warte, bisher! Oh Gott! Ich hab's gehört! Ich geh mal raus, damit mein Herzschlopfen aufhört und damit ich den alten Weihrauch wegschmeißen kann! Ja... So... Außerdem hätten wir jetzt vom Exorzismus, wenn es ein Remnant ist, hätten wir jetzt... Bringen sie entzündeten Weihrauch in Kontakt mit der Entität! Okay, dann hake ich das mal an! So! Dann jetzt noch das Totem und ja, das Buch! Naja, gut! Okay! Ansonst, falls es dann nicht funktioniert... Da können wir immer noch bei den Beweisen einfach mal behaupten, das wäre ein Poltergeist! Mhm! Dann müssten wir immer noch am Schreckensursprung rezitieren, aber dann müssten wir den Geist mit dem Neutronengewehr abschießen! Also wenn du... Okay! Das hätten wir dann ja theoretisch auch schon gemacht! Du hast ihn ja abgeschossen einmal, oder? Äh, ne! Ich hab noch nicht auf ihn geschossen! Ne, ne! Achso! Ich hab auf ihn geschossen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn getroffen hab! Notfalls... Ich nehm ein bisschen... Ist das der Sniffer? Kannst aber noch mal probieren, wenn ich ihn sehe, kann ich ja noch mal draufballern! Ja, bitte! Ähm, wieso, hä? Wieso kann ich denn jetzt meine Sachen nicht wechseln? Ah! Oh Gott! Ich hab doch... Hä? Hat der mir die blöde Kamera aus der... Äh, äh, äh! Der hat mir den Fotoapparat geklaut, der blöde! Echt? Oh! Ja! Das geht? Krass! Ja, manchmal haut er einem quasi Sachen aus der Hand! Ah! Das heißt, das muss hier irgendwo liegen noch! Junge! Ich find das gar nicht gut, dass du mir den Fotoapparat weggenommen hast! Ja, Herzschlag! Da ist er! Da ist er! Da liegt er! Da sitzt er! Oh, dann könnte ich mal draufballen! Jetzt nicht mehr! Eben war er durch die Tür, aber... Der ist... Guck mal, wo ich den Fotoapparat finde! Schade! Da liegt er! Jetzt nimmst du mich nicht nochmal mit! Oh, da war... Ach, das war der! Oh! Oh, oh, da ist er schon wieder da! Jetzt ist er wieder weg! Nein! Lass die Tür auf! Ich krieg die Tür nicht mehr auf! Warte mal! Es kann... Es kann... Es kann gar kein Revenant sein, weil der gerade eben aufrecht gelaufen ist! Oh! Bei dessen Revenant würde er immer krabbeln! Dann ist es wahrscheinlich der Erste, ne? Der andere imitiert! Vielleicht! Wir haben ja nur drei... Warte mal, haben wir nur drei? Ja, dann wäre das nämlich der... Der Schatten? Ist das Schatten gewesen dann? Wir haben Poltergeist, Revenant oder Erinnerung! Das heißt, es müsste ein Poltergeist sein! Ja, ich glaub bei Poltergeist... Warte mal, Poltergeist... Ähm... Achtung! Mhm! Er spielt gern und viel mit seinen Opfern! Nicht aggressiv, kann aber schnell streitlustig werden! Hm... Ja, da würde auch zur Abwehr ein Kruzifix funktionieren! Mhm! Und die ganzen Waffen! Also den kann ich auch dann abballern! Das geht auch! Okay, das ist gut! Jetzt hab ich wieder drei Sachen... Ne, jetzt hab ich zwei Sachen! Dann nehm ich nochmal das Buch mit und versuch das mit dem Rezitieren nochmal! Mhm! Weil das wäre auch beim Revenant... Äh, Poltergeist meine ich! Mhm! Auch... Guck, hab ich jetzt gar nicht geschaut! Stimmt! Wenn man jetzt den nimmt... So! Ah, okay! Ich seh's ja! Da muss ich sogar aufstehen! Genau! Du, der du diesen Ort heimsuchst! Stimmt, ich hatte einmal auf ihn geschossen! Fällt mir grad rein! Der mag das nicht! Ich weiß auch nicht, wie... Oder so! Guck mal gut! Vielleicht muss ich mich hier hin... Oder hier vielleicht? Ich versuch jetzt einfach auf verschiedene Ecken! Du, der du diesen Ort heimsuchst! Geh mal ein bisschen weiter nach vorne hier zum Teppich! Also, die Orbs sehen so aus, als wären die hier auf der Teppichkante quasi! Noch ein bisschen nach vorne, noch ein bisschen! Jetzt stehst du drin! In den Dingen! Du, der du diesen Ort heimsuchst! Ne! Denk immer nochmal auf! Ja! Ich weiß aber nicht, wieso... Okay, dann... Dann machen wir... Dann suchen wir halt nach wie vor Dinge! Okay! Du, der du diesen Ort heimsuchst! Okay! Wir waren ja in der Küche oder oben im Ding! Da ist er! Also, wenn man ihn trifft mit dem Ding, dann verschwindet er einfach! Es kommt aber Lichtesgeräusch, wie wenn man es geschafft hat! Ich hab's gefunden! Ich hab's gefunden! Guck mal durch dein Neutronengewehr hier! In das Ding! Da sind unter der Tasse im Stoffleutronen ist ein Teekessel, der eben nicht da ist! Komm her! Schießt du da mal mit deiner Sofortbildkamera ein Bild von? Okay! Weil dann müsste er theoretisch sichtbar werden und wir könnten ihn mit dem Ding machen! Ja! Uh! Ach schön! Dann nehmen wir das Ding erstmal mit! Toll! Das ist aber nicht das Totem gewesen! Wenn man Totem... Totem? Nicht Totem! Totem! Hätte der rote geleuchtet und das war der jetzt noch nicht! Okay! Das heißt, irgendwo müsste theoretisch noch ein Totem... Wobei nein! Totem wäre ja nur beim Shea... Re... Revener? Ja! Wenn wir jetzt doch den anderen haben, dann wäre es nicht! So! Das heißt aber... Wir sollen ja zwei verfluchte Objekte! Okkulte Objekte! Mhm! Dann hätten wir ja zumindest eins! Genau! Wir haben jetzt den Sniffer weggenommen auf jeden Fall! Es ist ja furchtbar mit mir heute! So! Ähm... Hast du das Buch noch bei? Ja! Okay! Ich lauf nochmal durch, ob wir das zweite Objekt irgendwie finden! Weil theoretisch müsste ja irgendwas ausschlagen! Kann es auch draußen sein? Ähm... Nee! Eigentlich nicht! Also ich habe hier einen Ausschlag, aber leider nichts mit... Also... Nichts wird angezeigt! Ich gehe nochmal hoch! Okay! Ich kann mal mit! Ich kann da drauf schießen, dann verschwindet er zumindest, glaube ich! Ah! Okay! Es ist immer noch irgendwas im Bad! Mhm! Okay! Das heißt hier muss wir... Da! Auf dem! Hier! Also da genau davor! Hier wo ich stehe! Ja! Es ist eine blaue Vase oder sowas! Da! Vielen Dank! Dann bringen wir erstmal die raus, dann haben wir schon mal die Aufnahme gelegt! Ja, da ist falsch ein bisschen durch! Ja, da stand er auch gerade! Da habe ich ihn gerade weggeschossen! Ach! Vielen Dank! Und dann gebe ich dir das Buch nochmal und du versuchst nochmal das mit dem Exo! Weil sonst... Das ist ja das letzte, was uns fehlt! Wir haben hier jetzt getroffen mehrfach! Ja! Dadurch, dass sie... Also es gibt ja auch keinen... Wir können ja nochmal zum Spaß auf den anderen wechseln! So! Nicht damit! Dann... So! Also wenn es tatsächlich der Revenant wäre, dann müssten wir ein Totem zustellen! Wir haben aber nicht mal einen Totem! Nee, das macht keinen Sinn dann! Erinnerung geht halt von der Art wie der ist nicht! Nee! Dafür ist er zu aggressiv und zu... Wobei bei der Erinnerung, da müssten wir halt noch auch rezozieren! Das Gleiche! Es ist immer... Rezitieren sie... Ja! Oh, warte mal! Nee, während sie am Schreckensursprung sind! Was mich halt wundert, wenn es der Poltergeist ist, ich habe halt mehrfach auf ihn ja mit den Neutronengewehr jetzt schon geschossen, müsste da nicht auch dann so ein Effekt kommen, dass man was gut gemacht hat so? Also dass man was geschafft hat? Kam aber nicht einmal! Ja! Und ich habe ihn wirklich mehrfach erwischt! Also... Wir sind gerade in der luxuriösen Lage, es ist egal, was wir haben, es ist immer das Rezitieren sie... Ja, das ist egal! Das heißt, selbst wenn es eine Erinnerung ist, aber danach sieht es halt wirklich nicht aus, finde ich. Also er sieht mir zu komplett aus für eine Erinnerung, auch wenn ihm, glaube ich, ein Fuß oder sowas fehlt. Aber... Also logisch... Es müsste eigentlich... Er ist ja wirklich vollständig da, ne? Also es ist ja wirklich... Ja... Also außer wir hätten irgendwas falsch, aber ich kann nicht mehr... Ne, die Sachen, also die Beweise müssten stimmen. Also Null stand da beim Dings, wir haben ihn sprechen hören, die Fliegen waren nicht zu übersehen. Ja... Also eigentlich... Buch hat er ja nicht reagiert, oder? Ne. Ne, vor allem, wir brauchen ja nur drei Beweise. Also es gibt ja... Beziehungsweise brauchen... Es gibt ja immer nur drei Beweise. Ich pack mal ganz... Freunde, einfach nur was passieren würde, wenn die Temperatur negativ wäre, dann würde sich effektiv... Nichts ändern. Toten... Warte... Doch, eine Sache würde sich, glaube ich, ändern beim... Beim Poltergeist... Mit dem Weihrauch... Aber das haben wir doch auch schon gemacht, oder? Den Weihrauch am Schrecken, das war ja da eine Aufgabe. Ähm... Ja, mit dem Weihrauch habe ich ja auch schon die Fliegen da weggemacht. Das hätte dann auch gleichzeitig das da wegmachen müssen. Ja. Okay, das heißt, egal was es ist... Und ich tausche jetzt seine Dings wieder auf Null. Es war einfach nur so ein neugieriges Ding, falls es... Keine Ahnung... Habe ich auch die Treue gemacht, da habe ich auch hin und her geschalten. Eben. Aber es ist tatsächlich einfach nur dieses Rezitieren an diesem blöden Schreckensursprungsort. Dann gib mir mal das Buch, ich versuch's nochmal. Also die erste Zeile hat er ja markiert gehabt. Ich weiß nicht, hat das bei dir gemacht, die erste zumindest? Ja, dann ist es wieder zurückgesprungen halt. Warum auch immer. Okay. Gut. Okay. Ich hab auch den Fotoapparat... Oh Gott, Hilfe! Ist da wieder gekrabbelt, der kleine Stinker. Hi. Aber die Motten oder Schmetterlinge oder was hier rumfliegt ist sehr niedlich, aber... Ich glaub, die werden von der Taschenlampe angezogen. Ah! Ach, schön. Ach, stimmt! Ja, die gehen dahin, wo ich hinten leuchte. Ach, cool. Okay. Ich find das so cool, dass man schon durchs Fenster sieht, dass da die Orbs drin sind. Okay. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Im Namen des Herrn befehle ich dir dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Im Namen des Herrn befehle ich dir dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Nein. Im Namen des Herrn befehle ich dir dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Kann man's auch in anderer Reihenfolge machen? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub nicht. Vor allem, es sollte ja eigentlich Geld bleiben. Ja. Das flackert halt immer, ne? Du, der du diesen Ort heimsuchst. Verstehe ich doof? Du, der du diesen Ort heimsuchst. Ja, so kein Bleuchten tut's tatsächlich nur hier hinten. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Pfff. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Kommt sich immer so ein bisschen doof aus. Im Namen des Herrn befehle ich dir dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Im Namen des Herrn. Ich weiß nicht, ob du das siehst, aber das Radio ist sehr motiviert. Im Namen des Herrn befehle ich dir dorthin zurückzukehren, wo du herkommst. Der hat dann richtig Lust. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Hör auf, du Radio. Hu, ist er doch nicht gehört. Okay, also irgendwie mit dem Buch ist aber... Pfff. Ja, du, der du diesen Ort heimsuchst. Das ist doch nicht süß. Oh, ja, da ist er. Oh, ne. Geh mal raus. Es sollte jetzt nicht heißen, dass ich dich treffen möchte. Nee. Nee. Lass mal. Hi. Nee, nee. Nee, ist okay. Tschüssi. Ich wollte doch nur mein Buch vorlesen. Weißt du, schöne kleine Gute-Nacht-Geschichte, so am Abend. Aber nö. Das ist blöd, dass das immer mit diesen Sprachsachen nicht funktioniert. Ist so doof. Ja. Vor allem eigentlich im Tutorial funktioniert es ja. Ja, als ich dann gemerkt habe, dass ich... Rede ich noch zu schnell? Ist das nicht langsam genug? Okay, machen wir ganz langsam. Eigentlich muss es... Du, der du diesen Ort heimsuchst. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Hier sind die Orbs tatsächlich ein Stück weiter hinten. Im Namen des Herrn befehle ich dir dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Stell dich mal hier so hin. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Also es leuchtet ja einmal gelb. Aber es bleibt nicht wie im Tutorial komplett gelb. Das verstehe ich. Ja, das hatten wir letztens auch schon mal. Ich weiß nicht, woran das liegt. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Im Namen des Herrn befehle ich dir dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Im Namen des Herrn befehle ich dir dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Ich kann nicht ordentlicher reden. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Hör auf Sachen durch die ... Hör auf Sachen durch die Hände zu schmeißen. Im Namen des Herrn befehle ich dir dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Bitte. Okay. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkammst. Hier sehen sie einen verzweifelten Exorzisten bei der Arbeit. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren, möge dein Körper wieder zu Staub werden, so sei der Wille des Herrn, fick dich. Ach, Mensch. Das hat ihm nicht gefallen, das fick dich. Nee, das macht er nicht. Nee. Er hat sich gerade einfach nicht... Ich würde ja, wenn er länger wäre. Was doof, wenn er zu kurz ist. Was machen wir denn jetzt mit dem Blüten? Ähm. Huch. Ähm. Ähm, ich meine... Ah, Mensch. Hab ich mich aber gestreckt. Ich war doch hier drin. Ich hab doch auch nicht aufgehört. Ich hab rausgeguckt, aber... Ja, der macht die Tür selber wieder auf. Okay, ich merke, ich gehe nicht zu nah an die Tür. Ich bleib dann einfach hier hinten und weine, wenn er da ist. Ich hab auch losgelassen. Vielleicht hätte ich lieber... Ich mache mal die ganze Zeit, dass ich die tatsächlich drücke und ranziehe. Nee, nee, nee. Lass am besten einfach los. Normalerweise sollten die die echt nicht aufmachen. Hatte ich aber da. Ich hatte da losgelassen und dann kam er rein. Das war doof. Ah ja. Okay. Ich will das Viech jetzt vertreiben. Das gibt's doch nicht. Jetzt hör doch mal auf mich. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Ich wehre mich jetzt. Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkammst. Es hapert immer am zweiten Satz, hab ich so das Gefühl. Der erste blinkt. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkammst. Arschloch! Was war das? Der hat mich schon wieder hochgezogen. Naja, mach mal euer Ding da. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Ja. Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkammst. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Ja, ist ja gut. Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkammst. Das ist halt nicht reden, ich rede doch gar nicht. Das sollte auch eigentlich funktionieren. Er hat ja auch den ersten Satz scheinbar irgendwie genommen. Also er blinkt ja immer mal wieder. Ja, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es heißt, dass man zwar in der Nähe ist, aber noch nicht ganz da. Versuch mal, versuch mal dich mehr hier hinten hinzuknuddeln. Da standen wir noch nicht. Also richtig an die Schachtel. Weil, wie gesagt, das ist das Einzige, wo wir noch... Du, der du diesen Ort heimsuchst. Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkammst. Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkammst. Kann sein, dass er die erste Zeile schon nicht hat? Dass es blinkt quasi, weil er mir sagen will, ich muss die erst sprechen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Punkt. Es blinkt, aber man... Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkommst. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Möge dein Körper wieder zu Staub werden. So sei der Wille des Herrn. Vielleicht muss man es doch schneller sprechen. Hattet ihr das schon? Also jetzt, wenn du mit den anderen gespielt hast, dass es funktioniert hat mit dem Buch? Wie war es denn dann? Ja. Also ich war meistens die, die rezitieren sollte, weil bei dem einen auch das Gefühl hatte, dass es nicht so richtig das aufnimmt. Und außerdem, weil ich tierisch Spaß daran habe. Aber ja, da hat es funktioniert. Nur beim letzten Mal, wo wir gespielt haben, da waren wir in einem anderen, an einer anderen Location, da hatten wir dasselbe Problem. Also da hat es quasi auch geleuchtet, aber es kam nichts dann. Ja. Aber das hatten wir wirklich nur einmal. Übrigens, gerade eben hatte ich so einen lustigen Effekt, wie das Ding. Also das müsste man auf jeden Fall nicht lassen. Und kannst du mal hören, um das durch die Gegend fliegen zu lassen, du Penner. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Gut, vielleicht haben wir auch einen Bug, ne? Vielleicht funktioniert es auch einfach jetzt nicht. Ja. Dann können wir tauschen nochmal. Ja. Hier. So. Er ist doch auf mir das Ding aus der Hand zu schlagen, du Penner. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Du. Du. Er war zweimal ausgenüßtert. Wie nur du. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Hä? Du, blöder Penner, der hier zu Hause wohnt. Du, Affe. Blödsack von Entenhausen. Ich hab hier ganz komisch, dass es manchmal einfach gelb blinkt, obwohl ich gar nichts sage. Ja, das ist bei mir auch so gewesen. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Okay. Das. Also, da ist hier vorne genau. Also, hier ist es auch so, dass es nur einmal kurz aufblinkt. Das heißt, wir stehen falsch. Angeblich. Waren, oben waren aber keine. Lass das. Wenn man hier durch die Kamera guckt. Ich leg dir die mal hier hin. Weil, du siehst es. Ich seh die ja auch durch das Ding. Und bei mir sind die Orbs halt hier. Ja, aber wenn du hier durchschaust, da steht ja sogar. Was steht da dran? Ursprung der Heimsuchung. Ach so. Steht sogar da. Das steht da. Auch wenn du die Entität hast, dann steht da Entität dran und alles. Ja. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Du, der du im Wasser ersoffen bist. Du. Kauderwelsch. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Mist, 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 Mist. Mist. Hab getötet. Also getötet, naja. Okay. Okay. Ja, was machen wir denn jetzt damit? Das ist eine gute Frage. Wir könnten uns ein Achievement verdienen, weil ich hab meine Achievements gelinst. Ja. Und da stand, wenn man den richtigen Geist hat, aber dann unverrichtete Dinge wieder nach Hause fährt, kriegt man ein Achievement. Ja, gut. Weil, weißt du schon, wegen Phasmokobia-Anspielung und so. Ja. Na, und uns bleibt ja nichts übrig, wenn man nur exorzieren kann mit dem scheiß Buch und das nicht geht. Oder ist das doch falsch? Ja. Es ist vielleicht doch nicht das Richtige, dass das nicht geht. Eigentlich, also, wenn wir mal gucken, ne? Bei dem Exorzismus. Ja. Rezitieren sie vom Exorzismus-Buch, während sie sich am Schreckensursprung befinden. Das ist ja... Der Schreckensursprung wird mehrere geisterhafte Orbs enthalten, die nur für Kameras sichtbar sind. Und, äh, hast du die Kamera, den Futterapparat aufgenommen? Mit dem Futterapparat? Ne. Mhm. Weil, wenn du da guckst, also, es ist tatsächlich so, wenn du hier durchschaust, dann siehst du ja auch, dass da extra dran steht, Ursprung der Heimsuchung. Also, das ist der Schreckensursprungsort. Du, der du diesen Ort heimsuchst! 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 Och, Himmel, Herrgott, Land, wir könnten jetzt ein Foto dafür machen, da würde ursprünglich das Schreckensstehen! Ich stehe richtig! Du, der du diesen Ort heimsuchst! Also, ich weiß schon den Folgentitel. Du, der du diesen Ort heimsuchst! Ach, Mann! Scheißviech! Was hat er da jetzt gemacht? Mich weggezogen! Ah! Oh, jetzt wurdest du verschleppt! Oh, das ist mal nicht ich! Du, der du diesen Ort heimsuchst! Hi! Du, der du diesen Ort heimsuchst! Und mit den vier schweinigsten Sachen im Nebenraum machst! Hey! Also, du bist öfter mit ihm verschwunden! Ja, aber wir waren immer anständig! Ja, ja! Du, der du diesen Ort heimsuchst! Du, der du diesen Ort heimsuchst! Und jetzt nicht mal mehr auf das Kalkbuch reagierst! Das ist schon unhöflich! Du, der du diesen Ort heimsuchst! Fick dich! Denn halt nicht! Immer! Dann mach doch deine scheiß Sofakissen an die Decke! Zerp! Nimm das wieder mit! Das hast du nicht verdient, dass du das behalten darfst! Kannst auch noch so viel rumpoltern, wie du möchtest! Du stinkst nämlich nach faulen Eiern! Und nach Käsefüßen! Hey! Hilfe! Der Geist! Nicht du! Nee, du hast mir die Tür vor der Nase zugeschlagen! Hab ich sie nicht! Ja, ja! Ja, hab ich wirklich nicht! Okay, ich würde sagen, wir nehmen das hier vermutlich als Bug und gehen! Ja! Aber warum es dann... Bringe sie zwei oder mehr okkulte Objekte zum Hub noch nicht gedingst? Ich glaube, das hakt sich nicht ab, weil wir müssen sie aber haben, weil das wie gesagt... Huch! Hallo! Das waren doch die, ne? Hi! Hi! Ja, dann, äh, das waren die okkulten Objekte dann, äh... Lass es nach Hause gehen, das ist, äh, ich mag die nicht! Und ich habe vielleicht zu dritt mehr Erfolg! Ja, Leute, das tut mir jetzt leid, scheinbar ist das Buch Buggy oder wird zu doof, keine Ahnung, ich hatte ja auch schon so Probleme mit dem Buch im Tutorial, na gut, weil ich wahrscheinlich auch zu schnell vorgelesen habe, aber jetzt haben wir es ja beide, ging nicht, also liegt es auch nicht nur an meinem Mikro oder so, es ging ja bei uns beiden nicht, hat komisch geblägt. Wir haben es ein-, zweimal versucht. Ja, mindestens, also mindestens 120.000 Mal. Naja, gut, dann auf jeden Fall schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe dann, dass es in der nächsten Folge besser läuft, wir vielleicht einen Geist haben, wo wir das doofe Buch nicht benutzen müssen, das wäre natürlich am schönsten. Ja, Sora, dann, warte, Bonus, schreibt doch in die Kommentare, wenn ihr gerne den Namen eines Geistes haben wollt und wir euch dann exorzieren. Oder schreibt doch in die Kommentare, ähm, wie war der erste Satz? Scheiße, jetzt habe ich ihn vergessen. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Nein, der kann es nicht gewesen sein, der kann ganz anders. Also gut, Leute, dann, ja, trotzdem schön, dass ihr dabei wart, wenn es euch gefallen hat, gerne Liked erlassen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao! Bye, bye! Warte, warte, ich winke. Ach ja, richtig, winken. Wink, 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 wink. Warte, ich kann noch schöner winken. Wink, 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 wink. Ja, hier was für die Boys und vielleicht auch für die Ladies, ich weiß es nicht. Okay, bye, bye!